Yo, da sind wir wieder auf der T-Seite von Yo, ja von Cobblestone Immer noch mit den gleichen Typen, der eine random und der Shepard und der Nico, der Wusi und der Chris des Cloner Boah, der mich erschreckt Ein randomer Und der drückt mir instant Chris rechts, einer da Da ist noch einer drin Alex Einer Dropper Einer Dropper Alex hier planten Spring Mike ist da und da ist Oh, hast du ihn gesehen Alex? Nimm Burst und rechts Rechts neben dir Hast du ihn nicht gesehen? Der ist hinten durch Diffused Ja die Diffusen Echt? Ist der gekommen? Links von dir, der ist links von dir durch Nein Der ist nicht links von mir gewesen Doch, links durch das kleine Kabuff ist er durch Nein, kann doch links gewesen sein Der ist klasse links durch Du hast so sein Kopf gesehen wie er da durchgehascht ist Der ist links durch, rechts habe ich gedeckt Der ist wirklich links Alex, der ist links durchgehascht Du hast ihn sogar gesehen, sein Kopf wie er da vorbeigelaufen ist Doch! Wir gehen in A Wir gehen in A würd ich jetzt sagen, oder? Wollen wir A? Weil jetzt was Abwechslung Du 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 Und 3 noch Den hat er B90 schon gehört Du bringst Oben war Wow Chris Renn vor mit deiner Beisen Der hat sich wieder gekauft der Typ Ja der hat ne Beisen Einer von hinten Immer nach hinten Komm noch einer Von unten Chris nimm das nimm Oh diese alle Ja sorry ich hab nur 3 Leben Kann ich nicht quasi sehr viel machen Ne ich hab gar nichts Versuch mal über B zu gehen Oben ist einer Oben bei mir sind 2 Stück Aber hinten ist niemand mehr Nein Lol einer ist noch Connector Nein Lol Connector einer Alex pass auf Da wird die Connector rauskommen mit einer P90 Liegt da noch irgendwo ne Waffe Alex? Weißt du das? Der war das Der andere war rechts War der nicht links im Haus drin? Chris guckt mich an Der hat erstmal total irritierend War der nicht im Stall da drin? Da links? Da? Wo du raufgerückt Chris? Da irgendwo? Rechts Meinte ich doch Ja Stall halt irgendwas da Nimm mal den Dings mit Nimm mal den Dings mit Nimm mal den Dings Nochmal A würde ich sagen Nochmal so langsam aufbauen halt Nein Nein Leute wer hat jetzt die Bombe von euch weggeschmissen? Keine Ahnung Mike schätze ich Haha Mike mach das immer Hallo Ja Mike lass es sein bitte Ja ich hab nicht gesehen ob einer hinter uns ist Hinter mir ist Bei mir ist einer Bei mir ist oben einer Ja Der war Connected glaub ich Also B W W W W W W W W Einlass auf jeden Fall A W dann unterwegs W dann unterwegs Mike hast du B schon's save komplett? Ne ich war nicht drauf ich bin jetzt wie WINDOW Aber ich guck dass ich keine durch Konnector durchkam Fuck, eine Connector kommt, ich habe dir nichts gegeben, warte, der ist zurückgelaufen. Ne, der kommt jetzt durch den Main-Eingang. Was ist Main-Eingang? Ja, das große Tor, das Tor, linkes Tor. Nein. Nein. Okay. Ja doch, der andere. Warum bleib ich nach? Ich meinte den anderen Alex. Oh, ich bin in die Toilette. Super 10.000, Nico, gibst du keine Bison, wenn du das kaufen möchtest? Nein, mit 10.000 kann er dir auch eine AK geben. Der muss mir keine AK nehmen, ich nehme einfach das, was da ist. Ich nehme auch ein bisschen, damit man Geld sparen kann. Man kann seine P90 haben in dem Markt. Ne, ne, ich nehme die Bison schon, okay. Bison ist richtig stark. Bison ist richtig stark. Bison ist richtig stark. Ah, das ist angeblieben. Ah, das ist angeblieben. Warme Barrenbein, der Bart wird noch ab. B wurde geflasht hier? Wer ist im Rand? Einer window, gerade raus. Hab ihn, window, gerade. One guy, one guy. Connector, oder? Ja. Halte ich den auf ab bitte auf, ne? Einer ist da, hattet. B ist einer. Komm, switch. Er ist durchgelaufen, ist durchgelaufen. Ja, nicht mir vorwärmt. Einer ist A-Gerant. Hab den, hab den, hab den. Geht auf B. Entweder A oder einer. Keine Ahnung, wo der ist. Ich geh jetzt auf B, ich bin rechts von euch. Warte mal, lass mir kurz was gucken. Warte, lass den Kron drauf schießen. Leute, ich glaub der ist hier in B drin gewesen, rechts. Hast schon. Versteck mich. War hier irgendwas interessantes dabei von den Gegnern für Waffen nicht? Ah, oh lol, oben im Torbogen. Ah, fuck. Dann verstecke ich mich doch nicht. Er ist auf B. Er ist auf B, der letzte Mann. Connector. Geht Torbogen. Kommt. Kommt. Hat noch 19. Wie viel Alex da drauf geschossen hat. Oh, ich hab meinen M4 nicht mehr. So ein Scheiß. Müssen wir den B langsam aufziehen, war gut eigentlich. Gerade eben. Danke. B. Baby. Ich würd noch mal B gehen, ja. Kommt. Jetzt direkt, oder? Ja, super. Direkt nicht wieder so langsam, würd ich wieder aufziehen. Ja, indirekt direkt. Unten kommt. Oh, und ich geb dir nur 60, ey. Der Dropper war auch einer, auf jeden Fall. Ja, Chris. Verschieben. Wie gesagt, Chris, Dropper war auch noch einer. Auf jeden Fall. Da? Was? Wo? Ne Dropper, rechts von dir, wenn du runterspringen kannst. Wo du runterspringen kannst. Hat er von draußen geschossen? Äh. Jaja, der ist auf B. Er ist halt, dass die Bombe down ist. Du kannst, Chris, wenn du dich duckst und ganz weit rechts läuft, sieht er dich nicht. Rechts von dir. Smart Alex. Wie gesagt, direkt unter Dropper. Oh, der war direkt unter mir. Ja, ja. Der guckt über die window rein. Da sind mehrere. Los. Da saß auch noch eine. Was scheiße. Boah, den einen hab ich fast noch geholt. Soll ich mir ja auffallen, das war der der Linkste, ist auch noch einer. Fuck. Ich dachte, der war links um die Ecke gewesen. Ich dachte, der war links um die Ecke gewesen. Das ist grad erstmal total irritiert von wegen, von wo der... Ja, ne, der sagte unter dir, Chris, oder? Du, wie viel hast du denn? Ja, der war unter mir. Ich hab gedacht, der ist links um die Ecke. Was? Ja, ja, unter... Der Spot da unten, du siehst den halt nicht schnell, aber eigentlich, wenn du ihn siehst... Äh, Alex... Ne, Nico, kannst du mir das kaum... Egal. Was weißt du, was wüsst du hier, Chris? Egal, ich hab schon, ich hab schon. Ich hab schon. Sondern ich war zu spät dran, ich hab gerade erklärt. Oh ja. Die Bombe geht jetzt mit mir auf B, ne? Ja, weil ich von mir die Bombe irgendwie bekommen hab. Spielt aber safe, ne? Ja, ja. Von Smoke auf B. Ich bin in Mitte schon durch. Mach mal Qual auf, ja. Ja, der Grüne ist unten. Ich bin unten auch schon durch. Der Grüne ist tot. Komm. Das ist doch nicht wahr! Doch, den kriegst du, Alex. Ich hab ihn achten schon. Ah, fuck. Einer auf A. Einer ist auf A-Spot. Auf jeden Fall. Einer ist B. Ja, der B ist Hit, oder? B ist Down. Einer. Der mit Hit. Ja, wo gehen wir hin? B steht vor du aus. A stand direkt On-Spot. Ich ist Gears, ich ist Gears. Ich muss mich alleine lassen, sollen wir nicht dann nach A gehen? Nein. Komm, wo bist du du? Ja. Ich hab dich... Ich hab gefragt. Ich hab gesagt, wie? Ja, dann hab ich gesagt, was ich machen soll. Ja, dann hab ich gesagt, was ich machen soll, ob ich mitgehen soll, oder? Ja. Na, was denn sonst? Na geh, jetzt musst du aber. Jetzt musst du. B ertiltet nur 31. Wow. Du. Weg deinen Arsch, da reicht. Du hast noch 20 Sekunden. Jetzt rechts. Jetzt pflänze schnell. Los, 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 los. Pflänze, Alfa, pflänze, pflänze, pflänze. Jetzt. Zu spät. Zu spät. Ja. Rechts, rechts. Versteck dich einfach, verstehst du mich? Alex. Wollt ihr mir eine Waffe? Was denn? Möchtest du mir eine Waffe kaufen? AK? Mike hier. Okay, danke. Ist schon gut, Alter. Gib dir gerne nochmal eine AK. Nee, danke. Nee, noch eine will ich nicht. Wollt ihr? Eigentlich müssen wir drauf rushen. A wo unten. AWP. Watch out. Mit. Also ich bin jetzt hier auf B und B ist jetzt. Geht auf B, geht auf B. Nein, nein, nein. Ich hab's gerade selber gehört. Versteck dich. Also ich glaube, der eine will sich jetzt aufs Übelste aufregen. Dann, Rusi. Und Connector, ja. Da unten ist da auch einer. Moment, der mich hat Hacker. Mich? Nein, der mich hat der Hacker genannt, weil ich ihn in der Grund ja erschossen habe. Dank'l ist eine A, was spielt safe. Beide sind da, ich hab da gerade nicht drauf geachtet, scheiß. Da ist er, der eine. Mike will den, Mike. Ich dachte gerade Mike will das Messer raus. Gib es zu Mike, du warst mit den Gedanken gespürt. Nein, nein, nein. Spring ja auch noch, spring noch. Himm die Awe mit? Nein. Dann nicht. Aber die lohnt sich hier nicht ehrlich gesagt, finde ich. Wieso? Wieso, weil ist der Awe mit den Bumble gefahren? Himm du die Bumble. Oh, dann fang ich damit ein Kame geschmissen. Das war einmal zu viel aufgedeilt. Ich habe gerade mit denen, ey, das ist extrem göttlich gewesen, ja. Ja, dann schießt du ihn an, dann spielst du mit denen, er springt, ne. Ich fand das geil, dass der eine wirklich auf der Plette saß. Ich habe ihn gehört nur. Guter Spot aber. Und er drückt mir einen Headshot. Achtung. 3 HP. Wie viel hast du denn? Ich weiß nicht, wie oft ich ihn getroffen habe. 3 HP. Coming from behind, one guy. Zeig dich. Zeig dich. Go, go. Nein, warum so? Geh! Er hat auch 3 HP. Cool. So, ich komme, ich habe 9. Geh, wenn das was da steht. Go, go, weißt du? Geh nicht vor, Wusi, geh nicht vor. Ach, Mann. Einer ist auf A, außen. Entweder nimmst du dein Messer und rennst jetzt auf A. Da ist ja auch einer außen. Geh Mitte runter und geh dann nicht stairs hoch. Geh Mitte runter und dann nicht stairs hoch. Und jetzt leise. Waffe rausholen. Jetzt musst du deine Waffe rausholen und campen. 26 Sekunden. Packst nicht mehr. Nico, du kannst nicht warten. Ich habe campen verstanden. Wenn er nicht links. Wieso sagst du Plante? Weil du keine Zeit hast. Einer und? Du musst doch nicht mit dem Messer in der Hand auf die 5 Meter rennen. Nein, ich wollte auf die Bombe. Ich wollte die Bombe gerade platzieren. Sollen wir mal einen Rush auf was machen? Kannst du nicht rushen? Einen Rush. Einen Rush. Einen Rush. Ja, wenn ihr Flaschen so mitnehmt, die wir benutzt dann ja. Ich hab Flaschen. Ja, ich hab Flaschen. Und geh jetzt mit der Bombe auf B. Ja super. Ja, wir kommen. Ja, aber ich bin hier mit dem A-Bit-Hobbit-Fan. Ja, geh einfach drauf. Ich renne nicht mit der Bombe vor. Ja. 75 hab ich ihm gedrückt. Ich stehe jetzt unten direkt bei der Bombe. Ähm, wenn ihr von unten reinkommt, gleich rechts, äh, links mit der Ecke. Dammit, du Scheiß! Die verschieben alle jetzt. Mike, rechts. Ja. Haha. Ich bin scheiße. Im Schießen. In mir einer wird Fenster hocken. Wo war er? War das eine A-Bit? Nein. Ja. Ja. Lass uns wirklich flaschen, oder? Ja. Ja, schau dir. Ja, ich schau dir hier. Ja. Das ist wirklich flaschen. Ja, ich schau dir hier. Ja. 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 Oh, als ich mir jetzt alles gekauft habe. Oh, dieser kleine Drecksack. Einer ist auf jeden Fall außen. Bange, wie war das mit Awe? Was war mit Awe? Keine Ahnung, wo der war. Außen. Könnte aber oben gewesen sein, oder? Der hat gerade einen auf B getötet. Der hat 6 HP, der ist auf A. Einer geht Connector. Achtung Alex. 31. 30. Fuck. Kommt ihr noch runter. 2. Oh Gott, das sind 2. 2 Stück sind da. Ich weiß. Nur noch 6 haben wir zu Hause. Wir sind nur 3 insgesamt. Kann ich sein, dass ein... Oh. Blatt Hälter. Einer ist links in der Ecke. Wenn du reingehst, kriegst du links. Warte. Nein, nein. Hinten dran. Das ist hinten dran in der Ecke. Da links in der Steinmauer. Zehn. Ja, meine Güte. Was sollen wir machen? Ja. Ah, was ist da oben? Warte mal. Wo ist die Bombe jetzt schon wieder hin? Ah. Leute. Lass mal wirklich irgendwo verdammt nochmal drauf raschen. Und macht das. Ja, dann. Ja, dann rusht aber auch. Weil wenn ich mit der Bombe vorne stehe, kann ich nicht durchrushen. Wo wirst du denn? Du wirst hier aber nirgends durchkommen. Wo wollt ihr denn jetzt drauf? Hier auf B. Das ist kein Rush wieder, Mai. Ja. Einen hab ich. Auch einen. Dann wächst auf B. B ist bis jetzt safe. Guck Toilette. B ist safe. B ist safe. Ja, klar. Plante und guck Toilette, Nico. Das ist cool, wenn jemand drin ist. Zwei Connector. Zwei Stück Connector. Ja. Einer kommt zu dir. Stimmt, da ist ja noch die Aave. Achtung, ich flash. Richtung Connector. War doch einer Chris, oder? Ob die Toilette feuerfest ist? Wir werden die Aave saveen. Probier mal, Nico. Hä? Ich will es wissen. Ja. Wiedersehen. Verdammt. Ich hab gedacht, das Ding hält die Bombe ab. Ja. Ich hab jetzt runter. Chris, kannst du droppen in der Acker? Oder was billigeres. Oh. Zeit falsch geworden. Haha. Liegt er da? Wo? Gute. Danke. Der eine ist noch Connector im Normalfall. Wirklich? Wirklich? Denn der unten ist der Atten. Gut. Nichts mehr. Chris, lass auf A gehen, oder? Da kommt noch einer, Alex. B. B ist doch clear. Weiß ich sagen, wir jetzt haben. Ich weiß nicht, ob B clear ist. B clear, Nico. Ich bin nicht mehr da. Geht das runter? Nektar? Anders bei mir Was bin ich? Loll One-Shot Nein! Wieder lag der Typ Letzte Arme Fuck, kriegt er nicht oder? Kriegt er, hat nen Kit 100% Nein, oh Ja, komm mal, wenn er sieht, ist er neben Genau zwischen seinen Beinen Steck da Scheiße Habe ich jetzt keinen Defuse-Sound gehört bei dem? Oh Leute, 1413 Wird mal wieder knapp Hast du nicht gestorben, Wusi dann? Ja Machst du mir nur ne T90 oder so drücken? Ja Ich hab nur ne 1003 Von euch Das hat aber nicht so nicken Geld Jetzt müssen wir auf B gehen, wenn unsere Bombe läuft Naja, wir müssen die Runde gewinnen Ja, aber wie gesagt, unsere Bombe wird höchstwahrscheinlichkeit Durchwaschen Bombe ist nicht down B mindestens einer, der kam Connector, also A ist einer weniger Ja Ich hab A geile Ich hab die A gesehen Die sind hinten auf dem großen Spot Ja, dann lass A verschieben Schieb da Go A, go A Go A No Oh Nein Ja, wir sind einfach gegen Chris Ja, Bombe haben wir nicht Bom, Switch, 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 Bom Links 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 Beide Einer oben Hör ich Einer steht lang zur Bombe Einer steht Da oben war einer drin Mike, da drin ist die AWP Oh nein, das war ne Leiche LOL Hör ich doch Der ist lang Da genau Nimm die Scheiße Ah, die Bombe liegt Scheiße Pissell Ich war mir zu sicher, dass da keiner ist, weil du da standst Ja, weißt du wie spät ich den jetzt durch den Smoke gesehen hab Der war links am Fenster irgendwo Ich hab auch keine Ahnung wo meiner gekommen ist Oh Alter Und der ist dann so Der ist dann so aus dem Fenster so im Pier Halb Smoke Halb nicht Oh Mike Ehrlich ey Du hast mir jetzt grad so'n Schock gegeben Welche Wegen was denn Ja weil du den Gegner nicht killst Du guckst ihn so an so Ja ich Ja ich Ja ich Der Spock war an dich Da hab ich mal reingeschossen Du hast drauf, Mike Mike hat drauf geschossen Dann bist du gestorben und dann dachte Mike Ja es hat so ausgesehen als er halt umgefallen wär Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, wenn ich hier noch lebe Links am hier Huzi verschieb bitte Er kommt hinterher oben rein Hinter dir, hinter dir, ah nein ist unser, achso bist du Nicht Kann ich auf A-Spot gucken, wenn ich oben bin Nein Geht's nicht mehr Wär zu OP Praktiziert nicht mehr Ging mal aber Warum hast du den nicht gesehen, Mike, oder? Ich war oben Ja klar war er oben Ich war Ich war oben und da hat mich eine Ecke geblockt, scheiße 18 hat er, kommt runter, nein geht da nicht runter, sitzt da verbunden mit dem ZI, meine P90 Hey ich konnte ihn gar nicht sehen Chris Fuck Keine Muni mehr Nein Schade Er hatte noch 4, äh 16, 84 gegeben 16, ne hatte er 2 glaube ich, vielleicht irgendwie 14 gegeben Ich kann ein Ich kann ein Hallo letzte Runde Alex Ich kann euch, ich kann eine SMG, eine Bison kann ich noch kaufen, falls jemand will Ich hol mir ne Mac Nein warte da, nehm Einer Machen wir jetzt Mike, solltest du nicht alleine gehen mit der Bombe? Ja, sorry Das smocken sie jedes Mal, wenn der durchgerascht wird Na klar, damit du nicht durchkommst, ist das richtig so? Mhm Eigentlich müssten wir weiter hinten ein bisschen öffnen setzen Blau Gel Blau Gel G? Da stehen auf jeden Fall 2 Wirklich Hat zwei nach unten geguckt, dich Depp Er ist oben, wirft gleich ne Nate Was krampelt denn du? Ey dieser Ja 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 Da kommt jetzt einer Mit den zwei Armen, oder? Hab ihn Schön Zwei Armen connector auf jeden Fall Ist da noch jemand ne Nate? Nein Da ist noch einer Da ist einer, der ist gegangen Da hat er mich, so will ich leben Mike, be safe Mike is down Einer durch Hör mal leise Ja Das ist Hey, wart zu dreid Wie konnt ihr euch alle holen da? Die waren alle hier Seid ihr da rumgesprungen wie die Kätzchen, oder wat? Nein, Mike hat's ein Köpfchen aus der Erdeckung rot gestreift Mann GG Noob GG Noob GG Noob 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 Okay, Russen Naja Naja, das war ein schönes Unentschieden Wahnsinnig hoch Ich muss das mal Dramatische 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 Untertitelung des ZDF, 2020